Auch wenn es gestern Abend spät wurde bei der Vorstellung des Films von Meryl Streep und Denzel Washington. Stars zum Anfassen, Venedig und Hollywood eine Einheit. Auch wenn die italienische Technik anscheinend teilweise ein bisschen zu wünschen übrig lässt, bei den Pressekonferenzen Riesen-Kopfhörer statt bescheidene Ohrstöpsel, Hollywood-Frisuren ruiniert, schöne Gesichter umrahmt von italienischer Technik. In meinem Ohr brummt's, ich hasse diese Dinge. Und sie reden doch Englisch, wieso habe ich die überhaupt auf? Und dann versagt auch noch kurzzeitig der Lautsprecher. Als er wieder funktioniert, wird aus Meryl kurzerhand eine prima Donna.